Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner, unterstützen Sie das Projekt Frauen bringen Kinder zum Leuchten. Es wird vom Fonds für Verkehrssicherheit gefördert und wurde bereits 2018 erfolgreich umgesetzt. Wir wollen insgesamt 12.000 lichtreflektierende Stirnbänder bis Ende des Jahres produzieren und an Schülerinnen und Schüler der jüngeren Schulklassen überreichen. Das Ziel ist, dass die lichtreflektierenden Stirnbänder die Kinder in der dunklen Jahreszeit besser im Straßenverkehr sichtbar machen sollen. Helfen Sie mit, dieses wunderschöne Projekt zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Mailing. Nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf und stellen Sie jederzeit Ihre Fragen. Herzlichen Dank, Ihre Terz Stiftung.